Hallo, da sind wir wieder. Sonu, komm runter hier. Ui. Ah, siehst du, war doch gar nicht so schlimm. Oh, das liegt hier. Oh, das habe ich gerade nicht gesehen, dass du da eine Aufrufe hast. Ui. Wo brauchst du schon wieder Licht? Ich drehe hier mal, guck mal, was passiert. Oh. Eine riesen Toilettenspülung. Oh, ich sehe immer noch nichts. Oh, ich hasse das, wenn ich nichts sehe. Ah, jetzt kommen wir hier runter. Hier. Komm noch mehr. Shit. Da kommt auch mehr Shit. Dann Hanni. Dann Hanni die Scheiße, bis zum Allstehen. Ich habe hier noch eine andere Valve über hier, Leo. Uh, da wird die. Nach Dünn-Schuss an. Das ist wie ein Dünn-Schuss. So genau wollte ich gar nicht wissen, wie das bei dir so klingt. Ich habe hier noch eine andere Mal. Ah, das ist wie ein Dünn-Schuss. 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 Ich habe hier noch einen Dünn-Schuss. Aber ich komme hier nicht raus. Ich muss irgendwie die Tür aufmachen. Oh Gott. Nein, nein. Schon weiter gehen. Ich glaube jetzt nicht. Die Tür kann ich nicht aufnehmen, ich muss hier weiterlaufen. Oh! Das ist, da bist du hergekommen, ne? Und hier? Ah ne. Kommt sie, und leuchtet nicht ein. Scheiße. Das sollte funktionieren. Oh! 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 Das ist einfach richtig. Oh! Das ist einfach zu verwenden. ich hasse ratten nur so nebenbei erwähnt warte mal das ist ungewohnt mit zwei bild also zwei geteilt hier auch von hier sind wir ja gekommen ich weiß nicht wo wir lang müssen hier muss man sein viel lang also er kennt sich ja voll aus muss auch schon mal da gewesen sein und ausgesprochen mit einem arm einfach traf ich nicht nein die war zu früh nicht zu weit vor geht es ja ja ich warte ich das mal jetzt war ich zu spät warte warte jetzt muss raus mhm ja dream team oh sei ruhig nein nein ich bin schon wieder verkacken ich auch ich bin fast oben nein 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 aber macht das funktioniert so richtig ich Ich habe das Kunt, ich habe das Kürbisch gemacht. Das ist nicht... Das ist nicht... Das ist nicht... Da hämmert sich doch mal rum. Hammer, wer der Hammer? Es ist ja ausschaut, als ob ich arbeiten würde. Sie verbrügelst schon ernst in den Nagel. Seit halben Stunden. Ja, ist es schön? Weil ich es kann. Das ist überhaupt ein Klo dick. Sieht vorher immer im selben Loch rum. Kann man den Gesamtschlösser machen? Brrrr. Du bohrst immer im selben Loch rum. Was war das jetzt? Ja, ne, wie ist das jetzt, wenn nachher ist gekommen? Ja, Gott. Das könnte man auch anders verstehen. Du bohrst immer im selben Loch rum. Warum bist du so schockt? Kannst du so schockt? Hey, ich hörte das. Was ist dein Kopf in der Nähe? Ja, ja, was auch immer. Gib mir, was ich brauche. Wie denn? Arrrrrr. Oder wie machst du das immer? Das kann ich gar nicht. Komm mal, eh. Hey, Guard. Hast du einen Moment? Kannst du sehen, ich bin beschäftigt? Komm zurück später. Gut Glück mit dem. Auf diesem Zeitpunkt, werde ich meine Hände zurück in die nächste Woche. Ich kann dich trotzdem hören. Ich höre dir. Brrrr, macht's ja auch immer. Es ist dir zu kalt, oder? Ne, ich hab versucht, das zu machen, was du immer machst. Man, this thing spins fast. Ich weiß, dass es ein bisschen wie. Brrrrrr. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Oh, rrrr. Ach so, machst du wow. Wow. Das ist nur das, das nicht gut. Gefällt mir. Ich krieg's einen Daumen. Hast du jetzt wieder dein Mikro bissl weg? Ja. Guck mal. Jetzt war's. Scheiße machen wie ich. Was darf ich machen? Was darf ich machen? Was darf ich machen? So wie ich. Schau, da stunden in den Schlitz rein. Ne. Ihr habt das vorhin untersuchen können, aber. Hä? Ne, was für ein Schlitz hier? Hier gibt's den keinen Schlitz. Ja, unten am Bogen. Ach so. Warte mal, vielleicht geht's jetzt, weil du zurück bist. Ne. Da an der Wand, an der Wand der Schlitz. Und dann... Irgendwie durchschieben, aber du musst wahrscheinlich erst eine raus, damit dann nehmen können. Na, wie doch, Metalldetektor, was? Du nicht. Du hast den Schraub geschissen. Na, jetzt da. Ist da eine Wand hinter der Bogen? Jetzt. Jetzt. Geht's los. Ja, von Anfang an die Hose gesteckt. Uh, da ist kalt. Hat jemand was gesehen? Nö, nö. Ja. So. ist ein kleiner kleiner wicht noch über noch weiter geschrumpft vom schraub 4 weil es so kalt war machen mit sich schrumpft zwingste jetzt an der kann schämen weil die westbottes große mit was nicht fertig geschämt kann man weiter du musst weiter er weiß ich doch nicht also hier ich lade der tut mich abtatschen steht da drauf nicht so wirklich aber wenn es sein muss das heißt wenn die hose holt ihn raus ja da bist du fest da bist du halt machen die elektrisch eine andere tür ach so der andere hat ja erst mal warten müssen bis er gekommen ist und die tür aufsperren es ist ein problem was ist denn die show you come on let me show you it's over here oh wer geht 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 schaut genau genau what's going on edge badge ich habe fast there's a problem downstairs they're fighting let's go jetzt müssen wir den ganzen scheiß da noch mal laufen ich habe gerade eine schlüssel hast ja hoffentlich fällt er in der hose nicht auf schraubenschlüssel weitergeben ja die sehen das jetzt nicht oder was die haben uns trotzdem schon so muss ihn jetzt versteckt vor dem klo in der bett wieder nylana ins klo nein nein haben hinter das klo gerufen rar 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 p cor rar rar Das ist schön, dass er sich vorhin Oh, das war schon so ein krummen Nasen Elvis. Ja. Oh, der kleine Alex. Gut, gut. Any trouble from Harvey? Don't worry about that. He won't be with us. And you're sure? Yeah, I got us a new place. We should be safe for now. That son of a bitch. Baby, baby, listen. We'll get through this. We just have to stay focused. Hey, why are you still waiting? Nobody's coming for you. Maybe she just missed her bus. I'll wait some more. No more visitors are coming in today. You want to make a phone call? Or you want to go back to your cell? I'd like to make a phone call, sir. Let's go. Oh, man schwanger. No, they're only big. Okay, good. So you can get to me with my applause. No, you've talked about this. I didn't have a say at all. You're in prison. I'm gonna be out soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No. But I need to take care of the Harvey situation. Carol, you know that he killed Gary. He was my family. My own brother. I know you miss him, but you can't bring him back. You're just going to get yourself killed. Please. You know I have to do this. I can't believe you, Vincent. Hello? 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 Eine richtige Scheißfrau. Wollen wir tauschen? Nein. Dein Interessierter für den Gefängnisausbruch von hier und her und meiner ist einfach nur fett und... ...enttäuscht. Ja, das sind die Hormone, musst du ein bisschen verstehen. Die ist schwanger. Doch, das sind die Hormone, glaubst du. Hörst du über den Wetter? Da kommt ein Sturm. Ich habe es gemacht. Ja, das ist die Hormone. Wir bleiben heute Abend. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja, aber einfach nicht aufhören, okay? Bist du mich? Du denkst, ich werde das wiederholen? Ich hoffe, wir müssen nicht. Es gibt nichts, was ich hoffe. Es ist nicht passiert. Zwei Mal drehen und das ist locker. Jetzt habe ich es festlockt. Wie geht's denn da? Kann ich da was looten? Kann der Wagele mitnehmen? Warte, ich dich mit deinem Wagele. Überfahr mich nicht. Ich fahr dir gleich bei dem Fuß. Au, au. Der auch so riesen Füße hat, wie die Nase ist. Komm schon. Kann doch nicht alles riesig sein. Ja, wenn die Nase so riesig ist, dann sind die Füße bestimmt auch riesig. Wie schön viel auf Schuhgruße 50. Gefällt dir die aus? Wie so ein Hund aus der Hünder, aus so einer Hünder. Und der Hünder schaust du raus. Guck. Ich auch. Ja, der Tag ist dein. Rar. Achso, ja, ich komme da durch mit meiner fetten Blase. Du, fall da bloß nicht runter. Achso, ich bin verletzt. Du hast dein Auto verletzt? Nein, noch nicht. Ja. Jetzt, oder? Ja, wenn's dann nicht halt. Just a couple of more like that. Ah, you cheated. Da braucht er ewig der Donner. Freiheit! Na ja, noch nicht ganz. Was ist denn da ausschalten? Zu Hause? Da musst du... Genick brechen. Tatsache. Du machst mich zum Mörder. Bist du nicht deswegen hier? Psst. Over there. Through the wardens office. Das ist doch das Dach, wo wir vorhin putzen waren, oder? Ja. Oder wieder hoch. Händchen halten! Oh! 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 So romantisch die Flucht. Und jetzt? Jetzt hilfst mir nicht hoch. Ja, das ist ein Fetten hochzunehmen. Na, ich bin gut gebaut, das schaffe ich schon, schau. Das geht schon. Oh, da drängt er sich einfach vor der Fette. Da los sie jetzt hoch mit dir. Und hab das ein Ohrsch ins Gesicht. Aufsprechen? Ja, könnte man aufsprechen nennen, also... Das hat keiner gehört, nee. Nee, nee, das hat keiner gehört. Ich habe nie zu� been in asia. Maybe I'll go there, wenn das ist all over. Was suchst du auf der Hafte Globus? Oh, das Pacific Ocean. Was ich nicht geben, um dort zu sein, jetzt zu sein. Und bin in asia. Maybe I'll go there, wo's this is all over. Ich bin in asia. Maybe I'll go there. Maybe I'll go there, this is all over. Was musst du da? Telefonieren. ja es kommt mit ihr kannst du nicht vorsichtig sein mit dem zug gibt es nicht neugierig nein du bist überhaupt nicht neugierig was müssen wir überhaupt bleiben ich glaube nicht Das ist der Nummer, Oskarland? Na. Area, eh? Wir sind im Arsch. Ja, dann komm doch mal rum, hier ums Eck. Oh, das ist die Krankheit. Oh! Hey, wie bist du da rausgekommen? Warte mal, ich stecke hier noch fest. Ja, du musst da rein und fest ist schon ein Fenster. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Da sieht man noch da raus, hinter dir. Ach, das, ach, das Fenster. Gibt's ja mehrere Fenster. Oh, gucken die jetzt da raus? Ja, er darfst du in Wachtung gucken. Und das sieht hier, sieht hier, sieht hier, sieht hier. Oh! Was meinst du, der sieht, der sieht, der sieht nicht? Mal, weil der, der immer hochgeht, hier. Immer unten bleiben. Ah, ich muss direkt an der Wand stehen dann. Jetzt muss ich warten. Kann der auch mal schneller laufen, der läuft wie so ein... Als ob er auf rohen Eiern läuft. Dann geht das. Ich werde fremd mit einem pfond, der sich nicht zufrieden. Wenn ich den Weg verschwam. Warte, gehen wir. ... das ist kein Klavier. ... und jetzt. ... ... ... ... ... wo bist du jetzt da muss ich doch hoch oder das war es mir im besuch wieder hoch oder dass ich hier umsonst hochlaufen da ist der kleiderbückel holen von drinnen jetzt glaube ich wieder hier gleich rein können ich hab das seil Oh! Au! Oh nein! Beeil die Fetter! Toll! Jetzt wissen Sie, dass wir aufgebrommen sind! Die schießen Sie wahnsinnig! Was? Wohin? Ich weiß nicht! Panik! Oh mein Gott! Leo, hurry up! We got out! Worauf schierst du denn denn? Wir waren in der Garage mit geschlossener Tür? Ja! Don't stop! Don't stop! Don't stop! Das würde ich nur hoch oder was? Hä? Ja! Du bleibst sie einfach mitten in der Fluchstammel stehen, Schaukshoff! Ja, Entschuldigung, wir sind überall hängengeblieben. Gibt's dir? Ja, der Titel ist schon hochgekommen! Don't stop! Trust me! I got no intention to stop! Oh! Aber jetzt wird's zu lang hier! Oh! Nimm die Beine in die Hand los! Wenn's zu lang wird, dann machen wir jetzt die Ding fertig! Also die Aufnahme fertig! Weil ich glaub, danach kommt wieder Video ewig! Ah! Ah! Verdammt!